Hallo Leute! Herzlich Willkommen bei dieser nette und friedliche Folge Nette und freundliche Folge und ohne Gewalt fährt wir wenn das war nicht coole anfangen wir haben niemanden getötet wir haben uns nur gewährt aber trotzdem getötet wir sind in dem Park ja und den geilen Baumchen finde ich schon cool warte mal Screenshot finde ich den Baum finde ich so geil einfach sie und auch mittel in so ein Baum ist es so cool wahrscheinlich feiern das ist ziemlich geil so was ich muss sagen heute leute ich werde sagen ich werde aufhören mit dem fehl und hier ohne scheiß wieso weil ich nehme schon halb ist ja und dass ich finde langsam reicht weil ich will noch andere projekte starten ich habe schon viel let's play aufgenommen meine festplatte ich habe mich sehr sehr viel entschuldigung aber so ich bin hier ist das leuchte mehr leuchte mehr so dieses video werde der vorletzte folge von fellow 4 auf meinem kanal ich werde kein mehr machen morgen also mein am freien heute wenn die kommenden video werde der Donnerstag genau Donnerstag ich mache schon ein halbes jahr den let's play und ich glaube er ist sehr reich langsam aber ich will noch andere let's play machen und deswegen werde kein weiter fellow 4 kommen aber was ist wild ich habe ich vor wollte ich one piece machen diese peter blut oder so heißt immer ich habe den namen nicht im kopf gerade wollte aufs dem kaufen der ist noch nicht rausgekommen auf place sind kommen ist schon rausgekommen ich muss schauen aber den da vielleicht machen dass wir es raus auf steam wenn nicht dann mache ich nicht aber ich habe schon andere let's play sowas wie amadrei und ich will immer wieder amadrei weil ich manchmal produzieren so viel ich habe meine peter ist langsam so voll amadrei folgen jede zweite woche nehmen wir mich und meike der ama und der jede zweite wir nehmen aber einmal aber drei einmal den des dead by daylight entschuldigung nehmen wir auf aber wahrscheinlich den meike will nicht mehr weil er wie immer wenn ich spiel er produziert so das ist gut ich denke was es ist für schluss ja am freitag kommt die letzte folge und das werde ich werde sagen in letzter folge über meine ereignisse so durch halbes jahr durch fellow 4 und werde vergleichen mit fellow 4 und fellow 3 welche spiel ist besser das vielleicht ihr erkennt schon antwort manche hoffe ich mal sehen jo ich das war eine fliege ja das wollte ich kurz loslassen ich will karte haben und gescheid genau jetzt wir sagen weil wir haben echt verdammt viel geschafft viel erlebt im film 4 deswegen habe ich gedacht das ist schon bei so viel halbes jahr es muss sein irgendwann schluss sein hier kann man unendlich sowie meike folgen machen und scheiß kannst du bauen bauen töten sammeln und werde nie langweilig und sogar diese erweiterung die rohren weiß ich nicht wo sie sind sogar die rohren habe ich nicht gemacht weil ich weiß nicht wo ist es auf die karte zeigen also jetzt habe ich ein bisschen mehr entdeckt hier sehe ich theoretisch wollte ich noch hier mehr machen ja ja oh das sind kinder So, jetzt. Kannst du sitzen? Nö, hab ich gedacht. So. Dann wir ja, das wollte ich sagen. Euch nur vorbereitet für nächstes Video. Das wird es schon für einen Schlut bei mir. Sonst. Und, ja. Ich werde erklären, erzählen, um was es dreht sich um. Pilot 4. Könnte es sein, dass wir die letzte Folge ziemlich kurz, aber ich werde versuchen, so lange wie möglich halten. So 15 Minuten versuche ich. Aber ich glaube, schaffe ich 10. was ich auch zu reden. Hab ich. Ah ja, da gehen wir noch hin. Diese Folge will dann noch ein bisschen äh, kümmern. Mh, mh. Hier, öffern. Nix mehr? Ne. So. Hab ich noch mehr. Ah, es leuchtet. Es sind wahrscheinlich es leuchtet mehr. Ah, es ist die Funkgeräte. 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 Hä? Was ist das? Juhu! Schalle! Ja! Ja. Juhu! Siegler gefunden! so wie ich sehe hier können wir sie finden ja von deinem auch ja ein ist okay flugzeug müllhaufen wäre sie gut wenn ich finde ich weiß noch sind helikopter abgestört oder was ne schade so da war ich wieder gehen zu dieser kirche oder das was übrig ist ach du höllige scheiße was ist das jetzt los ganze heimige vom gulden was ich schwöre da war was ja dein ass gehört mir ja das ist ja alles Ich gehe da hin, kommen wir noch mal raus So! So! Wo ist? Wo seid ihr? Ich werde mich tot sein. Was? Alter! Noch jemand? Doch! Kann ich! Sehr geil! Gehen wir noch nach unten? Vielleicht da unten wird was? Noch jemand? Ja! Passt nicht da! Ich denke es ist an mir! Hast du das gesehen? Oh! Es ist geil! So mini! Cola! Ich habe gedacht es ist noch nie! Aber es ist schon viel wahr! Ah! Inpatient! Ah du wohnst da! Es wird das hier! Also eins sage ich euch! Das wird ziemlich geil! Mann! Mein Bein hat erwischt! Cool gemacht finde ich! Das ist so viel die wilden Ghoulen sind hier! Die wilden Ghoulen sind die Schlotz immer am effektivsten finde ich! Komm! Boge erinnert! Komm, gehen wir da hin. Gott, Mann. Hä? Noch ein Signal, noch ein Signal. Nein. Larry, Bucky, wenn ihr mich hört, lasst den Sch... Dann wirst du... Dann wirst du... Dann wirst du wieder... So. Ah, jetzt weiß ich, was wollte ich eigentlich noch. So, Hilfe. Ja, genau. Das wollte ich. Ja, und das machen wir. Okay. Okay. Oh. Oh, Sieg und Tod. Okay. Alter. Malwurf. 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 Was ist das? Oh, totes Malwurf. Ich habe gedacht, werdet ihr die Mauern vorken. Ich scheiße mehr. Ah, die bin schon auf der Bär. Bucky ist das? Äh Okay Manche wollen wahrscheinlich vielleicht im Meer gehen Oh, hier ist noch was oder ist es dunkel? Nein, hier ist gar nichts Okay, nur da sieht es so aus, es sind zwei Gänge, aber es ist ganz Kannst kaum erwarten, dass diese gottverdammte Hitze aufhört Ich kann euch leider keine Wegbeschreibung geben Okay Okay, Larry Aufgepasst Sag, was du brauchst und ich kümmere mich darum Ich geh rein Super Rekord Position halten, hier drüben Ich bleib hier, während du deinen Spaß hast Damals gemacht hat Er muss einen besseren Anzug gehabt haben Ab jetzt geht keiner mehr in Freude zu werden Lasst Buckys Rekord stehen Ich egel dich hier unten ein, bis ihr hier seid Hey Hm? Und da suchen Guck nach, ob sie was interessantes hatte Mach ich, Boss Larry, Bucky, wenn ihr mich hört, lasst den Scheiß und holt mich hier raus Ich seh sie hier drüben Folgst du mich? Nee, ich hab gesagt Aufgepasst Hoffentlich ist es das wert Bleib da Los Ich bin ein großes Mädchen Ich komm klar Ja, sie verfolgen mich Wir sind raus So So Alter Ist das verdammt hell Ah Yo Meine Güte Ich weiß auch, haben wir alles entdeckt Aber ich glaub weniger Aber ich glaub weniger Weil immer Irgendwo Ist Eine Stelle Wo Wir kommen nicht weiter Und Bleiben Die Strahlung hier ist hoch Was? Das ist wieder Strahlung So, Leute Ich werde sagen Für diese Part Das war's Und wir Sehens uns Nächste Folge Ciao